Das ist hier mal unser neues Betriebssystem. Das ist ja Windows XP. Ja, für uns klappt das leicht. Mein Gott, jetzt stellen Sie sich doch nicht so an. Nein, ich erkläre es Ihnen nicht nochmal, weil Sie einen, den erhören einige. Ja, dann beschwerte Sie heute. Na doch mal rein, die Hölle. Ja, Leo und Benni, kriegt ihr jetzt von mir eure Dienstausweise? Danke. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei eurer Ausbildung im Landratsamt. Danke. Und am Ende war es gar nicht so schlimm im Albtraum. Sogar das Gegenteil ist allzu offen. Schon am ersten Tag haben wir einen haufer spannende Eindrücke erlebt. Und sind gleich super integriert worden. Die Arbeit ist echt abwechslungsreich. Aber ein Anspruchsvoll. Ich bin schließlich für über 250.000 Bürgerinnen und Bürger im ganzen Land festzustellen. Und ich kümmert mich um mehr als 1.000 Arbeitsplätze. Und schau, dass da alles passt. Was auf alle Fälle auch passt, sind unsere Kollegen. Die sind überhaupt nichts wieder, sondern wirklich motiviert und gut drauf. Als Landratz und Rosenheim, als Arbeitgeber ist echt nicht verkehrt. Wir, wir holen es auf alle Fälle nicht. Und du, glaube ich auch nicht. Total nett. Man ist richtig freundlich. Die können wir auch so machen. Ja, so richtig. Und das ist richtig cool.